Untertitelung des ZDF, 2020 Die Fahndung nach den Mördern von Generalbundesanwalt Buback und seinem Pfarrer Göbel hat in Schweden noch keine heiße Spur gebracht. Die Polizei hatte Hinweise erhalten, dass die drei gesuchten mutmaßlichen Terroristen Sonnenberg, Klar und Volkert bei der Einreise nach Schweden und später in einem Restaurant gesehen worden seien. Es ist ihr bisher aber nicht gelungen, diese Spur weiter zu verfolgen. Gegen Sonnenberg ist inzwischen Haftbefehl wegen dringenden Verdachts des Mordes und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung erlassen worden. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden sind bei der Alarmfahndung im Bundesgebiet bisher mehr als tausend Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Einzelheiten über den Stand der Ermittlungen wurden allerdings nicht mitgeteilt. Der Gesundheitszustand des bei dem Attentat schwer verletzten Justizwachtmeisters Georg Wurster ist nach wie vor kritisch. Er wird noch immer auf der Intensivstation eines Karlsruher Krankenhauses behandelt. Zum Staatsbegräbnis für Generalbundesanwalt Buback und seinen Pfarrer Göbel wird am Mittwoch auch Bundeskanzler Schmidt nach Karlsruhe reisen. An der Feier nehmen viele Minister von Bund und Ländern sowie Spitzenpolitiker aller Parteien teil. Die zur Terroristen-Szene gezählten Häftlinge in den Vollzugsanstalten der Bundesrepublik haben heute ihren Durststreik abgebrochen. Dies gab heute das Stuttgarter Büro des Rechtsanwalts Croissant bekannt. Als Grund dafür wurde genannt, dass die verschärften Haftbedingungen weitgehend aufgehoben worden seien. Das Anwaltsbüro wies aber zugleich darauf hin, dass die in Stuttgart Stammheim einsitzenden Bader-Meinhof-Häftlinge ihren Hungerstreik aufrecht erhalten. Im Kampf gegen den Terrorismus ist die CDU-CSU-Bundestagsfraktion nach den Worten ihres innenpolitischen Sprechers Friedrich Vogel bereit, mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten. Vogel legte heute zugleich Vorschläge der Opposition zur Bewältigung des Terrorismus vor, die unter anderem auf eine Verschärfung der Strafgesetze und die Möglichkeit der Überwachung von Gesprächen zwischen Verteidigern und ihren Mandanten abzielen. Diese Vorschläge wies der SPD-Fraktionsgeschäftsführer Jan zurück. Es komme jetzt nicht darauf an, nach neuen Gesetzen zu rufen, sondern ohne jedes Verwirrspiel die Fahndungsarbeit nach den Mördern zu unterstützen.